Kaum ein Hersteller produziert so viele Staubsauger wie die BSH im unterfränkischen Bad Neustadt. Der Standort ist nicht nur einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region, sondern das größte Staubsaugerwerk Deutschlands. Jährlich werden hier über 2 Millionen Staubsauger der unterschiedlichsten Designs, Leistungsstufen und Effizienzklassen gefertigt. Das sind durchschnittlich rund 9.000 Geräte pro Produktionstag. Entwicklung und Produktion sind in Bad Neustadt seit 1996 unter einem Dach wirksam vereint. Insgesamt ca. 450 Mitarbeiter, darunter rund 55 Ingenieure, sorgen für eine optimale und fertigungsgerechte Produktentwicklung, vom Prototyp bis hin zur Serienreife. Im internationalen Kompetenzzentrum für Bodenpflege entstehen Staubsauger für die ganze Welt. Leiser, leichter, supereffizient und emissionsfrei. Die Kundenwünsche bestimmen die tägliche Arbeit der Ingenieure. Dass man bei Verbrauchertests regelmäßig zu den Besten gehört, ist auch das Resultat einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Für die hochautomatisierte Produktion der Staubsaugergebläse und für hochpräzise Kunststoffteile setzt die Fabrik modernste Fertigungstechnologien ein. Dabei wirken Mensch und Maschine in positiver Weise zusammen und ermöglichen die wettbewerbsfähige Herstellung einer großen Vielfalt an Motoren und Designvarianten. In der Lackieranlage bekommen die besonders hochwertigen Geräte den letzten Schliff. Im Halbminutentakt laufen Staubsauger vom Band, die weit mehr können als nur gut saugen. Sie sind besonders effizient und sparsam. Das Werk setzt und vertraut auf die hohe Qualifikation und Leistungsbereitschaft seiner Mitarbeiter und bietet dafür vielfältige Angebote, Gesundheitsförderung, Aktivtage sowie Weiterbildung und Training. Der Dank eine hohe Mitarbeitertreue. Bis heute wurden in Bad Neustadt ca. 70 Millionen Staubsauger gefertigt und ausgeliefert. Durchschnittlich jährliche Investitionen in Millionen Höhe fließen in neueste Anlagentechnik am Standort. Ein lukratives Geschäft. Schließlich saugt nahezu die ganze Welt mit Staubsaugern aus Bad Neustadt. Der Grund? Die Qualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit der Produkte mit dem Gütesiegel Made in Germany. Dieadesh positively erheblichen Anlagentechnik am Standort. Ausflachen für mich, Dermatische VerschrukturenDanke. Die